Oh, das war knapp! Und diese Dinosaurier spritzen eigentlich noch Wasser raus, von denen stehen hier verteilt überall ganz viele rum. Ciao! Jetzt, pass auf! Ich hole richtig Erd rein! Was ist das? Ich weiß, ob das auf einer See werden wird! 5 Kilo schwerer. Das war's für heute. Das war's für heute.